Hallo ihr Landratten, willkommen bei Pixel Piracy und zwar haben wir hier einen neuen Titel, der auch jetzt gerade durch Steam Greenlight durch ist, ist ein Early Access Spiel und ja, die Bilder und so, die sahen eigentlich ganz interessant aus, deswegen dachte ich mir, das probiere ich mal aus, ich habe mal ganz kurz das Tutorial angespielt, das sind einfach nur so ein paar Bilder mit so ein paar Pfeilen erklärt, von wegen hier ist das, da ist das, da macht man das und so, ich hoffe mal, ich habe es alles verstanden, ähm, das ist bei mir meistens eh nicht der Fall, deswegen, wir starten einfach mal ein neues Spiel und gucken mal, wie weit wir so kommen, so, was haben wir hier, unser Kapitän, der heißt natürlich Ferret, World Pirates, ja, kann man lassen, Prinzessin Mode, Hardcore und Arena, ja, wir sind heute mal einfach das kleine Prinzessin, ich gehe mal von außen, soll easy heißen, mittel und schwer, so, was denken wir über unseren Planeten, was haben wir denn hier, äh, entweder Monster, etwas mysteriös oder, na, eher Richtung Drama, Monster hört sich auch immer gut an, oder, kann man lieber für falsch machen, äh, das letzte Ereignis, was passiert ist, ist ein großer Krieg, haben wir Schiffe, eine Seuche, oder ein seltener Komet, der vorbeigeflog, ach, der Komet hört sich immer gut an, hier habe ich meinen Vater in Erinnerung, äh, guter Kapitän, fauler Alkoholiker, oder, ja, feige war er nicht, ne, nehmen wir den, äh, ja, er war ein Alkoholiker, ne, Arr, das soll wir sein, nein, du hast ein komisches Ding im Gesicht, oder, oh mein Gott, Zwerg, nein, komische Frisur, Schmierer so ein Ding im Gesicht, wow, hast du denn, ein Turtle, oder, was, Yes, Äh, bist du eine Frau, oder, oder, oh mein Gott, Oh, hoi, ist das ein Hut, oder, soll das komische Haare sein, Walk the plank, Gürtete, Warum hast du einen weißen Bart, oder, gefärbte Haare, Nahr, sie blüht, Du bist auch ein bisschen alt, oder, Oh, du hast ja eher wie so'n Ork, oder, oder, Adios, Nein, Oh mein Gott, Oh mein Gott, Ach, komische Frisur, Äh, bitte was, Habaski, stehle Wags, Nein, komische Stimme für dein Alter, oder, Oh mein Gott, mach dein Mund zu, Äh, ein bisschen wenig Haare, oder so komische dofe Spitze, Oh, ja, Äh, nein, guckst du böse, hast du eine süße Stimme, Loser, Ja, aber dich gilt irgendwie, dasselbe, obwohl du nicht böse guckst, Loser, Oh, pinke Haare, Nein, Nein, Das ist der von komischer Bart, oder, hast du Milch getrunken, Äh, nein, Das ist der von komischem Kreuz am Auge, Oh, deine Augen, deine Augen, Hilfe, Walk the plank, Nein, Schmierst du komisch nicht, Deadman, Tell me not you, Look, ich bin dein Vater, Du hast irgendwie zu einem Auge, Was ist das denn für ein Gesichtsausdruck, Sagst aus wie eine Tomate, oder so, Nein, ich weiß, Alter, Zwerg, Nein, Was hast du denn im Gesicht, Nein, Nein, Oh mein Gott, Ja, okay, Wie wirst du das aus, das zweite Mal, Wir gehen gay, Hier sind wir, unser Kapitän, das muss unser Crewmitglied sein, Hier haben wir die Taverne, hier müssen wir neue Leute anheuern können, Oh, jetzt hat das so ein Geräusch, Guck mal rüber, Hey there parrots, So, hier können wir neue Leute anheuern, Äh, wen nehmen wir den mal mit, Was haben wir denn, unten haben wir 600 Gold, haben wir, Ja, okay, WM ist aber auch ein komischer Name, oder? Äh, okay, wir nehmen mal Quincy nehmen wir mit, Der ist schön billig, Was haben wir jetzt noch über 300 sonst was, Shane kommt auch mit, Jawoll, Hier haben wir Waffenladen, da haben wir Lebensmittel, Das sind Skills, und hier haben wir Schiss-Upgrades, oder sowas war das doch, ne? Laufen, 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 gucken mal, Press Space to Interact, Äh, okay, ja, Leitern, Holzblöcke und sowas, Das sind einfach wirklich ein paar Schiffs-Bau-Teile, Das lassen wir erstmal, Latschen erstmal wieder hier rüber und müssen jetzt erstmal, Space war es genau, Schiffs-Setup, hier können wir jetzt unser Schiff bauen, Jetzt hätte ich natürlich gerne mal dieses Baumenil weg, Vielleicht lassen wir unseren Kapitän doch erstmal hier rüber latschen, Jetzt öffnen wir wahrscheinlich mal wieder das Milieu von diesen ganzen Läden und sowas, Ja, fällt denn jetzt über den Köpfen dieses Smiley die Moral, oder sind das wirklich liebe Piraten und die gelben sind, Gesehen, guck, ein bisschen böse und das Lilland sieht noch und wieder ein Eck böse aus, keine Ahnung, Egal, äh, Schiff, 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 So, was haben wir hier, Woodblock, Halfwoodblock, Und das werden dann sicher die, Oh mein Gott, wie heißt denn diese Seiten vom Schiff sein, So, 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 was können wir jetzt da lang klatschen, Oh, das dreht sogar, oh wunderbar, Das dahin, das dahin, Äh, ja, was haben wir sonst noch, Oh, wir haben was zu essen, Wir haben Deko, Die Hülle haben wir gerade gemacht, ne? Was ist das denn? Habe ich vielleicht erst mal lesen sollen, Äh, Och, okay, einfach nur untere Wand, Ja, und Food hatte ich irgendwo was, ne? Wassermelonen, wofür auch immer die sind, Egal, nehm mal mit, Können nie verkehrt sein, So, so ein Piraten, Ja, mit dem Enterhaken, genau, Schwimmt über die Haie hier unten drüber, Vielleicht beißen sie euch ja mal den Arsch, Das sind andere dafür kleine Stachel Fische, Ey, hast du gerade noch mit Schiff gekackt? Hör mal, und du riechst jetzt auch noch dran, Oh, seid ihr denn für die Viecher? Äh, 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 Ach, ihr seid auch noch Leute von mir, Alter, wie müsst ihr mich so erschrecken, ey? Ja, Genau, Ähm, Können wir mal sagen, Wir stechen jetzt mal in See, Warte, Warte, Was sind die Papageien? Habe ich noch keine? Meine Crew! Okay, das sind dann die Slots, die ich erst später freischalte, Also vier Leute kann ich momentan auch maximal mitnehmen. Warte, 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 Da mal Piraten, Stadt, Insel, Was haben wir da oben? Okay, Legendäre Feinde. Wenn die einen Danger von 1 haben und die von 10.000. Hm, ich weiß nicht, ich glaube da sollten wir ja lieber erstmal nicht hin, ne? Oh, ich habe mich sogar im Hintergrund noch umguckt, sehe ich gerade unten links gerade. So, wo fahren wir denn mal hin? Hier, Piraten oder ne Stadt? Ich würde mich gerne erstmal direkt so am Kampf versuchen. Simile to Destination! Ja, speichern ist nie verkehrt, oder? So, wollen wir hier mal feindliche Piraten, ist sicher keine Ahnung. Die Kacke ist ja immer noch auf meinem Schiff. Keiß Vögel. Ähm... Ja, packe ich die Begegnung. Okay, natürlich interagieren wir mit denen. Da zu flüchten. Da läuft ein schlecht gelaunter Mensch rum, ne? Geht mal da rüber, kann der Kapitän auch weg mit? Oh, ja. Ey, die kann schon schubsen hier. Ist das jetzt dein Ernst? Ähm... So, was haben wir denn jetzt hier, drag... Ähm... Angreifen, Interagieren. Lündern. Geh da! Geh da! Geh da! Geh da! Achso, mein Schiff ist jetzt weg. Oh mein Gott! Okay, dann bin ich jetzt halt wohl auf dem Feinderschiff. Das ist ja, glaube ich, eh ein Eckchen größer wie... ...meins. Habe ich denn jetzt meine Bauteile von dem anderen Schiff wenigstens wieder... Ach ne, ich muss erst andocken, um da was bauen zu können, okay. Das kann ich vielleicht noch zu ihm verstehen. Dann würde ich jetzt sagen... Wir gehen wieder in die Weltkarte und gucken mal, wo wir jetzt so sind. Leuchl, Leuchl, ach das ist dann... Ja, von da sind wir gekommen, ne? Aus der Stadt, genau. Neutrale Piraten. Locust Hill und Clement. Dann fangen wir mal einfach da runter. Äh, natürlich sollte ich vielleicht auch, äh... Das ist halt die Destination auswählen. Oder auf wirklich jeden Fall. Ja, oh, natürlich speichern wir. Ach, hier unten sehen wir unseren Levelfortschritt. Level 4 und... ...alleine das Rumfahren. Wir steigen beim Level auf. Der Pipon fühlt sich so durchgängig, okay. Ja, wir integrieren natürlich mal. ... Warum hast du da so ne Flagge? Gino! Ja, komm. Geh den mal da rüber. Bitte nicht wieder runter fallen, direkt am Anfang. Komm, hau den weg! Ich will einen Schuss über den Ball. Oh, die können ja ausweichen. Oh! Das war ein guter Kick. Hat ne Alon... ... bisschen Gold bekommen, hab ich grad gesehen. Ja, wie kann ich euch denn jetzt plündern? Oh, geht das weg? Ehe! 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 Hmm... Ehe! Okay, das krieg ich glaub ich immer mehr Platz hin. Ehe! Ich würde aber jetzt gerne da so die, die Fische und so mit da rüber nehmen. Ich will jetzt nicht mein Schiff bauen, ich will da rüber. Die Feuerwehr! Riech einen Schuss! Die Feuerwehr! Die Feuerwehr! Die Feuerwehr! Die Feuerwehr! Was kommt denn da? Ich kann nicht schnuppen! Woher schießt doch uns jemand? Oh, was haben wir hier? Dann segeln wir jetzt einfach mal da die Stadt an, würde ich sagen, oder? Inseln sind wahrscheinlich unbesiedelt. Vielleicht gibt es noch Schätze? Wir fahren erstmal Richtung Stadt, würde ich sagen. Oh, ein Speicher natürlich. Riech einen Schuss über die Bühne! Riech einen Schuss über die Bühne! Riech einen Schuss über die Bühne! Das ist ein kleines Minischiff. Das war halt weit im Hintergrund. Riech den Kasper. Da muss ich über gefährliche Krabben hier rumlaufen. Ist das gar nicht ein Level? Level 11? Ja... Kommt einfach mal alle hier rüber. Warum stirbst du denn jetzt einfach? Das bin ich jetzt aber gar nicht nett. Jetzt habe ich noch zwei Piraten. Ja, ihr habt Hunger. Ist mir das zu toll irgendwo erklärt worden, wie ihr essen könnt? Ich glaube nicht. Was können wir denn essen? Brauchen wir mal ein bisschen mehr? Äh, kaufen wir ein bisschen was essen. Das sind wir noch essen eigentlich drauf. Sauerkraut. Hm, ich weiß es nicht. Meine Crew, kann ich da vielleicht komplett drauf zugreifen? Basic Tag. Da kann ich nur die Moral wiederherstellen. Ähm... Aber nicht so von wegen Essen, ne? Ich habe voll die knurrende Magen. Ich sehe es ja. Dafür seid ihr ja gerade im Lebensmittelladen, irgendwie. Die Feuerwehr! Wie solltest du damit interagieren? Die Feuerwehr! Oh, er hat was zu essen in der Hand. Yo! So sieht es doch schon viel besser aus. Was ist da? Unsere Leiche? Die Feuerwehr! Der kann sich nicht interagieren, ne? Nein. Tja, das sind so gute Fragen. Ich brauche natürlich auch wieder ein paar neue Crew-Member. Die mal das Deck schrubben vor allem. Ich bin schon wieder am Fressen, irgendwie. Nee, freut's aber nicht. Warum ist denn jetzt so unglücklich, Hawk? Crew! Ähm... Wo haben wir denn... Die Moral hat natürlich nicht mehr genug Geld dafür. Für den Hammel. Wir fahren jetzt mal... So, wohin weiter? Da haben wir noch ein paar Piraten. Dann greifen wir die jetzt einfach mal an. Ich hoffe mal, da sind jetzt nicht allzu viele Leute drauf mit dem Schiff. Oh, einer mit einer Kiste? Oder was hat er da? Ja, komm her. Warum kommst du jetzt nicht rüber? Ich könnte wirklich deine Hilfe gebrauchen. Ich könnte wirklich deine Hilfe gebrauchen. Warum wehrt er sich... Ach doch, jetzt, ich glaube, willst du das. Ich habe jetzt interagieren. Wie mache ich das denn, Mensch? Plündern. Na gut. Dann lassen wir das halt irgendwie da. Wow. Musst du mich so erschrecken, verdammte Scheiße. Okay, plündern sollte man wirklich aus einer sicheren... Entfernung. Okay, jetzt habe ich auch Teile bekommen. Ich habe Gold bekommen. Okay, wir lernen dazu. Ja, da werden wir jetzt mal gleich weiter segeln. Und wir beenden den Part hier mal. Und... So weit schon mal. Danke fürs Zuschauen. Schreibt einen Kommentar. Besucht die Homepage. Hört auf, euch selber hier abzuschlachten. Meine Güte. Ach, ja. Ist schon gar nicht mehr in unserer Crew angeblich. Ja, damit hätte ich dann halt nur noch meinen Captain. Und... Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.